Helmut Kohls Enkel Johannes Volkmann konnte seinen Gewinn bei Wer wird Millionär? Nicht mehr steigern Wer wird Millionär? Kandidat und Kohl Enkel Johannes Volkmann kam, sah und sicherte die 4 und 6.000 Euro. Er überraschte mit seiner Herkunft und überzeugte mit seinem Wissen. 1.2021 durfte Wer wird Millionär? Moderator Günther Jauch dem Ente von Helmut Kohl bei sich auf dem Stuhl begrünt. Sechs Wochen und einige Zentimeter Haarlänge später ging es für Johannes Volkmann nun end, doch es gab zwei Probleme. Alle seine Gioke waren schon aufgetraubt und er konnte die anstehende 125.000 Euro-Euro-Fragen nicht mit Sicherheit beantworten. Also ging der inzwischen 24-Jährige kein Risiko ein und sicherte sich seine 64.000 Euro-Euro-Euro. Wenn auch ein klein wenig enttäuscht, so kann Johannes Volkmann damit doch hoch zufrieden sein, wie auch Günther Jauch in unserem Video findet. Wer wird Millionär? Online schauen auf TV Now die komplette Wer wird Millionär? Folge halten wir für Sie natürlich wie immer auch zum Abruf auf TV. – Amen. Amen.